Ja gut Ich kann die jetzt nicht persönlich Zeit zum Militär, ne Zeit bis Militär eintrifft ist nicht mehr weit Ne, ich hole mal die mal Dinge mit Der Kaffee weiß doch Ah, ja So, nicht mal auf Q drücken, die sollen hier bleiben Okay Da hab ich auch fett seit Hey Matthias hat gewonnen Ja Ist das ein Trottel oder was? Ist das ein Trottel oder was? Ist er, jetzt kommt er hoch Bleib stehen Da Da gibt's ja den Heft in der Hand, haben wir mit was zu tun So Oh Gott Abbracadabra Ja Verdammt! Roger, kein Idiot! Wir müssen auf die Ball, wenn ich aus dieser Hälfte komme, dann in die Spotlight, wie ich deserve. Nicht wahr? Das ist endlich meine Chance. Ich meine, unsere Chance. Geh, ihr imbecile! Seid ihr für den nächsten Trick! Und jetzt, den Trick, den wir uns bald kennen. Aber erst haben wir ein Volunteer? Eine schöne Frau, vielleicht? Wir haben ein Volunteer! Es ist Zeit für die größte Magik-Trecke. Die ganze Zeit. Ich sehe die Frau in Hap! Ich weiß, was passiert jetzt. Ich weiß es. Ich hoffe, wir sollten die befreien. Dann später. Verdammt! Nicht wieder! Hey, das ist keine Magik. Sie ist tot. Sie sind tot! Sie sind tot! Sie sind tot. Sie sind tot. Sie sind tot. Sie denken, dass das einfach ist? Sie wissen, dass das einfach ist? Ich glaube, Sie wissen, wie Sie sehen, eine Frau in Hap. Wie ist das? Barsch? Wir sind professionell. Okay? Wer hat dich gefragt, Sie kommen in hier, während wir beinhalten? Sie wollen uns nur unterbrechen. Wie die anderen! Nichts? Na gut, wir haben einfach so einen sehr speziellen Trick gehabt. Nur für Sie. Es ist ein kleines Erinnerungs-Trick. Du wärst der perfekte Volantier. Das Ende ist... Sie müssen die Arbeit für! Okay. Nichts. Nein, das ist doch einfach so. Aah. Nein, meiner... Alter, ich kann nicht nur ein Ding aufnehmen. Nein. Wenn alle Verrückter werden, werden wir doch keine Leute retten. Ja. Müssen wir nur einen töten. Nein. wos denn? 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 alter ich kann kein dämpchen mein kaffee weiß ist auch weg kann man nicht blocken oder ausweichen? man kann laufen was macht er denn hier? keine Ahnung ich muss was zu essen um äh geh hinter den hinter die muschel da ist die ganzen Hummer da oben drauf? ne dahinter meine Ahnung was? ich hab Hummer wissen die meisten Worte sind gleich dort tot meine Dingsbums ist weg ja du lässt dich fallen wenn du da damn wos denn? mein Gott was spielt der denn hier? spielt der kleines Kind oder was? ich hab's mal geschickt ich hab's mal schwört aber ich renne da mittel durch die Gegend meine Fresse ne alter wo ist der? oh Boah, ist der nervig. Ja. Boah, weil ich sieg von der Rollhasse. Ja, geht doch. Ja, ja. Wie ist der denn da so schnell hingekommen zu dem? Wie sind die beiden reingekommen? Ich bin immer einer, um das zu tun. Du trägst mal. Da liegt's. Da liegt es. Moment, wo ist das Mikro... Tadaa! Hä? Streamst du denn über dein Mediending da? Marcel? Was ist? Streamst du denn über dein... Über dein, äh... Wer heißt denn, Video Capture Card oder was? Naja. Ey, wieso das und wie? Wir müssen die noch machen. Den. Warte? Ach nein, ich schmeiß das Ding wieder weg, wenn ich die Waffe wechsle. Let's go. Warum haben die beide euch grade im Kopf nicht geholfen? Weil die doof sind. Nee, ich hab denen gesagt, der ist ein Darm, aber sonst wäre ein Blocker. Die sind aber trotzdem gekommen. Ja. Der Trocken ist einfach reingesprungen. Wir sind in den News, Moment. So, wohin? Der Licht ist hier. Oh, Alter. Hier rein? Da durch, ja. Du sollst die rufen, mach. Kaffee weiß der nicht, oder? Kaffee weiß er. Moment, wo ist der? Wenn du den Kaffee weißt, ist der da gar nicht mehr schwarz und lecker. Wieso trinkt man den doch sofort? Achso. Ups. Komm, hör. Komm, hör. Oma. Oma. Kaffee ah. 否r. Vier! Vier! Vier. Vier, Vier! Vier, Vier. Stay close! Slot Branch Casino? Wollen wir da nicht gerade? Was haben wir nicht? Ah ne, Moment. Ist okay, ist okay. Das ist schon richtig Ach dein Geld? Sammeldinge wieder? Mhm Oh, können wir nix machen Aber haben wir keine Zeit Okay, jetzt die braucht jetzt Zombrex Was ist Zombrex? Ich glaub wir geben erst den Zombrex ab, ne? Ja, damit die nicht zum Zombie verwandelt Das so was gibt es? Ja Aber nur für 24 Stunden wird das Na na, das ist jetzt zum Zombie oder wie? Dann brauchst du ihn nochmal Immer und immer wieder Also du brauchst das Zeug für immer Ja Die könnten es eigentlich so herstellen dass du es nur einmal brauchst, glaub ich Aber davon dienen die ja nicht genug Richtig Na, tolle Wurst Warte, wir werfen ihn mit denen Schnell das grüne Zeug Alter, hallo, ich möchte es gar nicht mehr Oh, genau So, wenn man die Läufer auf der Stadte die ich nicht mehr bewegt hab Vielleicht gleich seit da ran Ja, bis die Typen da kommen Achso Jetzt kommen die nicht hinterher Dann komm mal kurz hier hin Zieh dir mal Soll ich mich umziehen? Das sieht schon mal an Soll ich mich umziehen? Ja, das was ich hab Ganz außen Obwohl, das geht glaub ich auch Ja, Moment, ich muss mich jetzt hier fertig machen Tüdelü 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 Achso Wie macht dieiltlında Ja, klasse Warte, warte Was denn... Warum nimmst du denn사 trucs Ja ich hab gesagt die Ist wichtig Ja sehr schön dringend Best dtu 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 Still there? Oh Oh Ja Oh 退 Komm Wir sind Oh, oh, Moment, geh du mit denen, drück mal Kuh. Okay, lauf du schon mal hin, ich komm sofort. Okay. Stehst du schon mal am Ziel? Ich stehe hier an dem Rohr. Okay. Sobald es geht, kannst du reintreten. Ich fahre mal, ich fahre mal. Ich habe 1997 Leute getötet. Hast du im Dach jetzt einen Teddybär mitgebracht? Ja. Ganz auf. Teddy. Warte mal. Inventory erhöht. Leg das mal ab. Deine Waffe. Einfach mo- genau. Nimm den Teddy. Teddy. Geh rein und gib zuerst Sombrix, dann abdimmens ab. Nein, wie gebe ich denn Sombrix? Einfach, einfach abdimm. So eh. Spür mit der PSP. Dad, ich will nicht auf den Standpunkt kommen. Ich muss mich wieder starten. Sorry, Kind. Zeit für Ihre Medizin. Warum musst du mir eigentlich einen Anzug jetzt anziehen? Mischen sie. Er kommt noch. Okay. Okay. Ich bin der Fall. Chuck, die Hilfe kommt bald. Sullivan sagte, dass sie jemanden im Bunker zuerst werden. Es gibt noch Menschen, die wir helfen können. Wenn du sie hier zurückkommst, dann kannst du sie zurückkommen. Wenn du sie zurückkommst, dann kannst du sie zurück. Es wird niemals stoppt, oder? Du bist so Gangster. Wir haben sogar noch einen Sonnenwachs über. Kann man den verkaufen? Nein. So, und jetzt? So, gib den Teddy ab. Lass mich durch. Daddy! Kann ich dir noch einen Kopf setzen? Nein. Hätten wir dir auch so einen Kopf geben können? Was? Einen Kopf? Weiß ich nicht. So einen Kopf, hätte ich den Kopf aufsetzen können. Da ist deine Waffe. 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 Waffe, nicht Affe. Wow. Pokerspiel? Wie? Wo? Man kann Pokerspielen. Ja, können wir ja machen. Wir haben bestimmt nur noch Zeit. Mit Ante ab. Das ist das Pokerspiel. Hahaha. Der heißt Ante ab? Ja. Aber der heißt ein Ante? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das funktioniert wirklich. Ich weiß auch nicht, wie Poker geht. Wie Poker geht, weiß ich. Wie das zweite hier funktioniert eigentlich. Okay. Wo ist der denn hier? Warte, Moment mal. Nur der Typ? Wie? Oh. Wir haben die Typen gar nicht gerettet, okay. Die haben wir nicht gerettet und jetzt müssen wir gegen den spülen? Nein, 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 nein. Irgendeiner. Da muss ich jetzt nicht drücken. Ich muss warten, bis du dran bist. Du hättest dann auch den Helm nehmen können. Den ich hab. Hätt sie gewinnen können. Aha. Hahaha. Alles klar. Check. War richtig. Ach, ich bin schon wieder. Ja. Wohohohohohohoho. Dann ne. Dann check ich mal hier aus. Ist aber wie so bescheuert. Hahaha. Ja. Oh. Ah. Oh. 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 Du bist immer noch. Ach so. Okay. Check. Ach du Scheiße. Ohhhh. Ohhhh. Nee, diesen Buben hättest du jetzt sofort gewonnen. Hahaha. Ha. Wieso hast du denn gewonnen? Ich hab ein Pech. 8 und 8. Ja, ich hab, ich hab hier ein Aufwand gehabt. Nein. Wie nein? Ach das ist aber hier. Lustiges Spiel. Oh Gott. Ich. Warum haben die das nicht übersetzt? Warum steht da nicht rufen oder so? Zum Überklips haben wir nichts besseres zu tun. Hoi Jack. Wie lange müssen wir das denn machen? Wie in All In. Ich kann mir jederzeit aufhören. Ne, aber ist das eine Aufgabe dort? Eigentlich nicht. Muss man nicht machen. Watt ist denn jetzt .... Kann ich jetzt Fault und All In? Ja. Oder kann ich ... Du setzt dein gesamtes Geld drauf. Ja, ist schon klar, aber Volt? Volt heißt aufgehen. Geh raus, Alter. Das ist doch nichts zu verlieren. 15 Dauer, das ist doch nichts. Soll ich rausgehen? Da waren auch so rote Dinger bei uns. Hat Spaß gemacht. Schön. Ach, das geht weiter. Mensch. Ähm, ähm. Das ist das Symbol für Check. Achso. Ja, check die ja immer ganz halt mal. Ich bleib... Oh. Wir sind voll im Checker. Ich muss hier ein bisschen bluffen. Ich glaube, das ist gut, oder? Ich glaube, das ist... Was? Ja, so geht das. Verdammte Scheiße. Du hast zwei Paare gehabt. Ja. Ich hab so gesagt, hohoho. Ich hoffe, das war gut. Jetzt sind wir ja auf Callen. Geh raus, direkt am Anfang. Ja gut, dann kann ich nicht raus. Du hast schon gecalled. Achso, dann kann man nicht mehr raus. Du hast dir schon 3000 jetzt gegeben, dann muss er jetzt auch. Ah. Jetzt kann ich doch nicht mehr raus, wird. Ja doch, aber die 3000 sind weg. Ja, aber ich kann nicht, ich darf nicht auf Volt klicken. Ja, weil nur gecheckt wurde, wird nicht erhöht. Du brauchst doch nicht rausgehen. Check. Ich check. Check. Ja, komm, dann checken wir nochmal. Ich check. Was ist das denn für Karten? Ja, aber ob ich gewinne. Ja, genau. Jetzt sind wir eine 8 oder ein... Achso, dann ist das schon eine Straße. Ass 2, 4, 5, 6. Geh mit. Ist das gut, was ich hab, oder nicht? Geh mit. Okay. Der wird nix besseres kommen. Scheiße, Highcard. Der wird nix besseres kommen. Oder so. Nee, der hat dann Highcard. So, äh hä. Gilt das erst nicht auch als 1? Nein. Okay. So, äh hässlich. Geh mit gehen? Ja. Ja, ich schaufe. Ich rauf. wir können sehen wir eben den stream mal gucken ob der dann schneller ist ja 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 Ich glaube der Poker spielt doch langsamer ab. Wer guckt der denn? Warum sind die denn mal mir die Gesichter so angesucht? Und wann jetzt? Sorge da abbrechen, dann können wir ein bisschen auch wieder machen. Du hast kein Geld mehr deswegen, ne? Ne, ich hab noch genug Geld. Ihr habt nur viel mehr als ich. Dann sind ja gescheatet hier. Wie All-In. Wieso geht alle All-In? Ich hab aber nicht gehört was hier was ist. Ich kann doch gar nicht Call-In. Du kannst Call machen. Das sind 14.500, ich glaub so viel Geld hab ich nicht mehr. Doch, du hast 29.000. Insgesamt nur noch? Nein, nur für dieses Spiel, du hast ja nicht alles reingenommen. Wie viel hab ich denn reingenommen? Ach, was für sich? Ja hab ich ja fast nicht mehr. Gar nichts glaub ich, keine Ahnung. Ist nicht viel, hab du reingenommen. Hoffentlich. Gewonnen! Du hast ne 81% Chance zu gewinnen. Natürlich. 0,7%. Nein! Ach du Scheiße. Was? Was ist meine 81% geworden? Ich hab den Neben-Pot bekommen. Was macht der denn jetzt? Guck dir durch ein Fenster. Das ist Strap-Poker. Ach so. Du hast dein Bad ausgezogen? Richtig. Ernsthaft? Hab ich gar nicht drauf geachtet. Also geht gar nicht. Okay. Man verliert nichts wirklich. Ja wirklich, die Bad ausgezogen. Ja wirklich, die Bad ausgezogen. Kannst du dich jetzt fast wiederholen? Oh Gott. Wie klein kann man den wiederholen, wenn man den Gegner gleich verhaut? Dann droppt er wieder alle. All in. Hä? Oh. Dann geh ich halt raus. So wurde gesagt, ich soll rausgehen. Ich konnte nichts anderes drücken. Doch, du konntest all in drücken. Nein. Noch? So viel hab ich nicht. Ja, du gehst mit so viel all in wie du noch hast. Und dann hättest du vielleicht den Boomkranz ausziehen müssen. Hätt ich auch nicht gemacht. Nee. Da sind... Da... Da kannst du weitermachen. Aber wo geht denn immer alle all in? Was ist... Wie viel ist denn all in? 31.000? Alles, was ich hab. So viel wie du hast. Mach mit. Das sind gute Karten. Mhm. Boah, die sind super. Oh mein Gott. Oh ja. 100. Jetzt meine 100. Meine 100. Meine 100. Meine 100. Meine 100. Ja! 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 Also wenn der andere bei der vorletzten Karte relativ viel Prozent hat, springt er dann irgendwann über und der andere bekommt die 100. alles klar. Dann hab ich den Sinn verstanden vom Poker. Alter, geh doch nicht mehr all in. Da unten fand ich immer mit Rolladen. Was war das denn? Was ist Rolladen? Was für Rolladen? Keine Ahnung. Zwischen den Runden immer. Ja! Ja! Rollout! Mit den Small Blind und Big Blind. Wie viel die setzen müssen? Ja! 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 Nö! Klöpf! Klöpf! Der da! Komm jetzt lass mich immer mal gewinnen. Papi braucht ein paar neue Schuhe. Neue Boomkränze! Delic! Teddy! hey der arschen verhau ich gleich meine schuhe sind ja deine schuhe ja ich hab bis jetzt noch gar nichts verloren ich bin gut mal das dann fix lega schatten gewesen ja von laden steht er bei dingens mit dem wasser steht roladen bei wem denn ich muss mir unten links muss ich gleich mal gucken check okay und jetzt steht dann nix und jetzt muss ich jetzt wieder checken ich tuff nicht mal ich lehne mich nur zurück ich bin aber fliegen 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 Ja jetzt geht's ab hier, wir wollen einen! Ja jetzt geht's ab hier, wir wollen einen! Three of the camp bombs im Lacker! Ja, siehst du mal, wo steht das? Rollläden! Rollläden, da steht für die Rollläden! Ach du Scheiße! Oh, 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 oh! Das Spiel macht ja echt Spaß! Von dem komischen Minigame hier, von dem Poker-Ding sollten sie noch eine richtige Version machen. Wo man richtig mit den Leuten spielen kann mit Karten und so. Wie böse du guckst! Zieh den Helm aus! Ach, das ist doch der hahnloseste! Ich sag nur Sans-Woo! Hab ich auch drin gelassen! Was? Ja! Ernsthaft? Ja. Ich weiß... So, wer hat sich gerade ausgezogen? Ich hab gewonnen, ich hab nicht mal was gedrückt, oder? Hab ich was gedrückt? Zieh dir den Helm aus, yeah! So, mal aufhören, hier. Warum? Nur weil du den Helm verloren hast? Nee, die Zeit läuft selber ab. Oh. Gut, ich mach noch einen Orlin. Ja, mach ja auch noch Orlin. Wartest du, wenn du die Hauptquest nicht schaffst? Dann musst du komplett story von neu. Komplett? Ja. Oder safe laden, ne? Jetzt gewinne ich. Ja, oder laden, aber dann verliest du... Ziehste, du hast 82. Was verliest du dann? Ich hab 14. Den Charakterfortschritt. Oh, jetzt gewinne ich mit 100, pass auf. Siehste? Arschloch. Wenn man normal lädt, dann verliert man den Charakterfortschritt doch nicht, oder nicht? Äh, doch. Jedesmal, wenn man lädt, verlebt man sein Level? Nein, wenn du davor nicht gespeichert hast mit deinem Charakter. Aber du speicherst doch immer zwischendurch, oder nicht? Ja, tut man. Aber dann verliest du dein Level. Wenn man speichert. Nein. Ich mein, du schießt mir raus. Ich bin variiert. Mit Q. Drück mal auf Q. Warum? Warum kann man nicht laden? Ich hab gewonnen. Du kannst laden. Ja. Aber dann hast du einen Charakter von dem Ladestand. Ja, natürlich. Ja, aber wenn du länger nicht gespeichert hast... Ja, aber wenn du länger nicht gespeichert hast... ... kannst du eine Mission doch nochmal machen. Ja, wenn du länger nicht gespeichert hast... Ja, wenn du länger nicht gespeichert hast... ... musst du nach jeder Mission machen. Das... Man kann deckt irgendwie... Und wenn du dann leider nicht gespeichert hast, ist das wohl noch. Ja, Game Over dann. Ja eben, und wenn du gespeichert hast, kannst du doch ganz normal wieder weitermachen, oder nicht? Und das war eh nichts jetzt.